Die Ausspähaktivitäten des US-Geheimdienstes NSA sind hinlänglich bekannt. Von der Chipsicherheitslücke will man dort allerdings nichts gewusst haben. US-Geheimdienst NSA wusste nicht von der Chipsicherheitslücke. Quelle Ralf Hirschberger, Deutsche Presseagentur, Zentralbild, Deutsche Presseagentur der US-Geheimdienst, NSA, hat die jüngst bekannt gewordene massive Sicherheitslücke in Computerchips nach amerikanischen Regierungsangaben nicht gekannt. Die NSA wusste nicht von der Schwachstelle, sagte der Cybersicherheitskoordinator im Weißen Haus, Rob Joyce, der Washington Post. Für einen Geheimdienst wäre die Angriffsmethode über die Chips praktisch, da sie in den üblichen Logdateien keine Spuren hinterlässtallt. Die NSA ist für Ausufernde Ausspähaktivität rund um die Welt berüchtigt.